hallo zusammen heute ist der 28 november sie aus wie ein hässlicher vampir ja und hier durch den ganzen stress habe ich viele pickel und alles reinbekommen keine ahnung wie man sieht hinten schon alles voll da ist alles voll ich habe hier noch mal kaffee das ist die perfekte abstellfläche dann sind wir hier im wohnzimmer fertig mit dem außer der tisch jetzt noch der abgeräumt gehört und abgebaut aber wir bekommen diesen samstag am 2. dezember ist es dann besuch das wird unsere abschiedsparty eigentlich wäre es eine weihnachtsparty gewesen letztes jahr haben wir damit angefangen und machen dieses jahr weiter so ja aber wir machen das jetzt so zwei eins um also abschiedsparty und weihnachtsparty mit freunden und so nicht wirklich sehr wenn ich nicht lernen müsste wenn ich ehrlich bin ja in meinem büro oder unser büro sage ich mal bücherzimmer ist sind jetzt alle schränke auch schon abgebaut ich werde euch im laufe des videos das auch noch zeigen mein freund ist gerade im büro und arbeitet halt dementsprechend kann ich da jetzt nicht rein gehen wenn er vielleicht im meeting ist oder so ich höre momentan den zweiten band vom t-buch also arvenum ist sweet and darker glaube ich heißt der band lese ich momentan im bodyread mit jemanden und haben wir den ersten band auch schon gelesen ja wenn ich so ein bisschen zeit habe oder denke okay jetzt packe ich wieder weiter ein dann mache ich das hörbuch halt an aber ansonsten es steht mit einem tag hauptsächlich aus lernen ja ich kaufe auch nicht so viel gerade das ist eh gut ich habe momentan jetzt noch von meiner leseliste december genau die habe ich schon abgedreht habe ich ja schon online gestellt das weiß ich gerade gar nicht ja auf jeden fall diese leseliste die bücher habe ich noch da fast alle ein paar habe ich mir gedacht so das sind ebook kandidaten und ich lese das ebook ja viel langsamer weil ich meistens ebook lese wenn ich mich zum schlafen lege aber in der letzten zeit der letzten tagen und wochen war es eher so dass ich zwar schon gelesen habe ja aber also mir mal diese woche jetzt hier zwar ich habe fast nur gelernt also ich habe gestern auch bis 3 uhr nachts gelernt und habe dann noch eine halbe stunde ein bisschen geliebt gelesen also ich musste paar sätze nochmal nachlesen weil ich einfach schon so müde war eigentlich aber kennt ihr das wenn euer körper schon so müde ist und ihr seid so müde aber ihr nicht einschlafen könnt das problem habe ich momentan sehr häufig ja und dementsprechend habe ich mir gedacht okay wurscht ich breche das buch jetzt ab also nicht ganz abbrechen sondern jetzt zu lesen ja und das war es dann auch schon so im dezember haben wir eine leserunde wir lesen das buch von stelle tag also black blackbird genau das wäre dran ja ich weiß nicht wie ich mitkomme oder ob ich dann muss ich mir noch überlegen wie ich das da mache ich glaube ich habe das hier schon ein paar mal erwähnt also die schlüsselabübergabe ist jetzt wirklich fix 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 am 7 dezember und das wird echt lustig sein weil wir müssen da hinkommen um 9 uhr morgens da ist der bürgermeister auch dort und da jetzt so eine kleine art feier geben danach nach der übergabe mit musik orchestik so ähnliches sowas und ja dann gibt es auch noch essen anscheinend ich weiß nicht wie die das alles machen wollen aber ist okay klingt auf jeden fall mega cool also die gemeinde hat da auf jeden fall hat sich was einfallen lassen weil normalerweise ziehst du ein und das war es dann so aber hier haben die sich wirklich ein bisschen was einfallen lassen was ich richtig cool finde ja genau also 13 uhr ist dann das essen und dann denke ich das vorbei ja ich weiß nicht wie lange wird es dort bleiben werden weil wir werden wahrscheinlich einige kisten die hier rumstehen mitnehmen und dann wahrscheinlich auch schon leeren also wahrscheinlich werden es die bücher sein die jetzt mitnehmen weil die kisten also dann packe ich die bücher dort aus und die können die kisten wieder mitnehmen weil ich habe jetzt noch zwei bananenkästen freie und das war es dann auch schon und wir haben halt noch geschirr einiges da noch einiges da wirklich sehr eigentlich noch wirklich viel also das hauptgeschirr also teller und sowas halt das töpfe blablabla das ist halt noch alles da habe ich noch nicht eingeräumt also nicht weggeräumt weil wir das ja noch großteils brauchen gläser habe ich jetzt auch schon halbiert dann habe ich meine heferhalbecher was auch immer tasten auch schon drastisch minimiert der rest ist eingeparkt weingläser und seckgläser und so alles ist auch schon alles weggepackt sorry ich habe schluck auf ich glaube ich habe noch vier biergläser dastehen weil wegen des feier am samstag da trinken wir einige bier und vielleicht wollen sie das aus glas haben dann steht es noch da ansonsten ist auch alles weggeräumt ja der balkon ist halt noch nicht aufgeräumt das ist halt das was mich so ein bisschen nervt da sind auch noch einige sachen aber großteils geht es los nächste woche schlüsselübergabe oder ja nächste woche schlüsselübergabe und dem elften ist der umzugstag da will ich so ein bisschen mitfilmen schauen wir mal wie ich das hinkriege wir haben eine umzugsfirma auch organisiert haben wir auch beim letzten umzug auch so gemacht weil durch das ganze schleppen also ich habe keine lust mehr drauf wenn ich ehrlich bin ich muss sowieso viele kisten schleppen weil wir haben so gemacht dass wir die großen sachen abgebaut haben die abgebaut werden können und dadurch ist halt im container lkw platz und ich hoffe dass dann hoffentlich kisten sich ausgeben aber schauen wir mal wie das wirklich so sein wird weil wir haben beim letzten umzug hatten wir kein bett da habe ich das bett schon hier bekommen hier so dafür halt eine couch und die couch war eigentlich größer oder ist größer als das bett dementsprechend sollte da platz mehr sein die couch haben wir dieses mal ja nicht wenn die kaputt gegangen ist mein schreibtisch kommt nicht mit es ist ein bücherregal mehr als vorher als früher ja wir hatten keine wohnwand genau jetzt haben wir eine kommt doch ein bisschen mehr als früher kommoden hatten wir auch nicht gehabt außer eine die die jetzt im balkon steht weil die kann jetzt im balkon stehen bleiben schwer wirklich ich hoffe das geht rein ich hoffe dass viele bananen kisten auch mit rein gehen ja also meine kerzen habe ich auch schon alle weg ich habe mir auch vorgenommen also nächstes jahr also sobald der umzug dann noch durch ist wirklich viel viel mehr kerzen anzumachen damit ich die auch reduziere und mich dann auf die fokussiere die ich wirklich will oder dann ab und zu von mir aus auch noch was neues ausprobieren aber ich habe über 60 70 kerzen ich glaube ich habe bis jetzt nur zweimal cherry aufgebraucht und das ist eine meiner lieblingsdüfte ich liebe kirsche also schwarze schöne reife kirsche ich liebe das genau ansonsten habe ich nicht viel aufgebraucht aber bei manchen sachen gibt es ja auch nicht mehr also peony zum beispiel von yankee candle ist eine meiner lieblingsdüfte und gibt es nicht mehr das finde ich so scheiße weil es ist natürlich eine meiner lieblingsdüfte und ich habe nur noch so viel drin wo ich mir denke okay das ist ein duft das habe ich lange ausprobiert um die 100 stunden habe ich schon fix drinnen und möchte ich halt einfach nochmal nachkaufen und dann sagt yankee candle ne produziere nicht mehr schmeißen wir nach dem sortiment nach fast 10 jahren wo es drin war oder sowas muss man nicht verstehen aber gut so ist es halt manchmal ich hoffe dass man es vielleicht noch bei duft und raum ergattern könnte oder so das weiß ich halt nicht ja genau also am 11 ist dann der umzug wir fahren dann auch mit mit meinem partner und ich fahren dann mit dann versuchen wir so viel aufzubauen wie geht weil die katzen bleiben erstmal noch hier wir kommen dann natürlich am 11 auch wieder hierher in dieser wohnung und werden auf einer luft matratze schlafen eine zeit lang also fünf sechs tagen glaube ich und fahren vielleicht alle zwei tage nochmal in die neue wohnung damit wir weiter aufbauen können das machen wir auch deswegen wegen den katzen weil beim letzten umzug war halt der ruffy also mein sorgenkind hat schon einige probleme gehabt der hat das ganze hier nicht akzeptiert hat sich dann nur verschanzt dann hat er nichts gegessen nichts getrunken war nicht am klo und das ist dann halt schon wieder so was einen schon wieder sorgen und angst macht und ja dementsprechend haben wir uns dieses mal so gedacht vor allem weil es auch über 100 km ist also wir ziehen jetzt nicht um wie hier in wien vom 14. mit circa den 11. sondern das ist ein wirklich anderes bundesland wo es halt hingeht genau und dementsprechend muss man das halt ein bisschen anders machen und wir haben uns dann entschieden dass wir halt erst am sonntag umziehen dann samstag oder sonntag das überlegen wir uns noch aber wahrscheinlich wird sonntag sein weil am samstag kommt halt noch jemand hier zum übernachten obwohl wir nichts haben aber die haben selbst dann was dabei Luftmatratze oder so genau und dann können die auch noch paar sachen mitnehmen zum beispiel als das futter sich nicht ausgeht dass sie dann das futter mitnehmen in den niederen kofferraum oder sowas genau das ist dann halt ganz praktisch dass sie dann da sind und uns so ein bisschen helfen können deswegen haben wir uns gedacht so wird es halt der sonntag sein sonst wäre es der samstag wenn sie sich jetzt entscheiden dass sie doch nicht hier schlafen weil sie doch nach hause fahren und nicht in Wien bleiben dann werden sie wahrscheinlich am samstag wegfahren genau das ist der plan aber ich nehme euch step by step trotzdem noch so ein bisschen mit genau wir werden dort eine badewanne haben das ist so geil also ja jetzt habe ich voll wir haben einen couch bestellt von Möbelix voll krass also wir waren am donnerstag da vor black friday wo ich schon voll viele alle angebote rausgehauen habe was weiß ich was und da halt einfach immer noch nichts dachten wir jetzt so okay ja wird halt so sein dann haben wir donnerstag bestellt und freitag hieß es dann zehn prozent auf alles ja das ist uns dann am sonntag aufgefallen genau ähm ja sonntag aufgefallen gestern war montag habe ich dort angerufen und meinte ja wie ist es denn wenn preissenkung ist und das sind ja doch 100 euro die man dann spart und bla 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 dann meinte ich so ja macht ein screenshot und schickt uns eine e mail und wir werden uns dann bei ihnen melden das haben wir dann auch gleich direkt gemacht das war um 10 uhr vormittags oder so genau haben wir das dann erledigt und bisher ist noch keine rückmeldung ich meine es ist jetzt ein tag und black friday ich weiß oder das war gestern cyber monday es geht drunter und drüber bei den online shops ich weiß das ich hoffe einfach nur dass es akzeptiert wird und dass sie dann auch sagen so okay ja machen wir kriegt die 100 euro rabatt ähm das war es dann weil das ganze hat uns jetzt 968 gekostet und der das sofa selber hat dann nur 850 ausgemacht aber es kommen verlieferkosten dazu von 119 euro das verstehe ich ja überhaupt nicht wir haben dann nämlich am sonntag noch einmal dort bestellt weil wir für unseren keller so 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 regale gebraucht haben so richtige wie heißen die ja keine ahnung diese provisorischen regale wie beim ich weiß nicht ich kann es nicht erklären ihr wisst hoffentlich was ich meine ähm die haben wir dann bestellt dort und da wären lieferkosten gewesen weil wir uns gefragt haben holen wir es ab oder lassen wir es liefern und da ohne witz sind die lieferkosten einfach mal 95 cent gewesen äh das verstehe ich nicht ich meine ja ich weiß dass die couch größer ist das ist mir schon bewusst so aber trotzdem das naja egal ich hoffe wirklich dass wir die 100 euro rabatt bekommen oder fast 100 euro ich glaube es sind 85 trotzdem ich holte es mal auf dann haben wir zumindest die lieferkosten so ein bisschen gespart da ist es halt auch so dass acht bis neun wochen warten müssen das heißt wir werden die couch auf jeden fall nicht frühzeitig also nicht rechtzeitig bekommen was uns eh irgendwo klar war äh küche haben wir auch neu bestellt weil es ja ein neubau ist und da ist es halt oft so dass keine küchen dabei ist haben wir auch bestellt ähm den preis werde ich auch gar nicht sagen weil das ist einfach nur krank die preise momentan was die küchen alle ausmachen und wir mussten sie halt selbst erstellen lassen weil das eine lange wand war und ähm ja naja ich werde euch auf jeden fall berichten wie es war oder wie sie sein wird ähm morgen müssen wir auch zu also wir haben es bei möhmach gekauft genau morgen müssen wir dorthin und dann wird es die finalbesprechung sein weil vermessen wurde es letzte woche genau letzte woche am dienstag also genau vor aller woche und ja morgen bekommen wir bescheid wie ähm also wie lange das dauert und ob wir sie weil geplant wäre es Mitte januar ob das jetzt noch so sein wird weil wir ähm voll lange warten mussten bis es ausgemessen wird bis es ausgemessen wird und das verschiebt sich dann alles wiederum ja schau mal wie lange es dauert wir kriegen das dann auf jeden fall morgen Bescheid da kann ich euch dann später auch noch ein Feedback geben genau ich habe mir mein Zimmer schon ähm ich habe mir mein Zimmer schon also ich habe mir ausgemessen letzte Woche Dienstag wo wir dort waren wie groß mein Zimmer ist was alles reingeht komme ich mit meinen Schränken hin passt noch mehr rein und so weiter und ähm dadurch dass ich meinen Arbeitstisch nicht mitnehmen kann weil der einfach schon also mein Papa hat schon an ihn rum geschraubt rum gebohrt also nicht gebohrt aber geschraubt dass er halt so bleibt und man kann ihn nicht mehr transportieren deswegen habe ich war ich auf der Suche nach einem ähnlichen Schrank von mir oder Tisch oder einem gleichen weil eigentlich finde ich ihn gut so wie er ist und bin dann fündig geworden aber ich habe lange gesucht bei Ikea da sind solche Tische die sind auf der Seite haben sie oder man kann auch links oder rechts machen das ist ja egal so 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 Art Kajaks ich weiß nicht ob die die kennt äh wo man halt so viereckige Fächer hat so und das sind dann vier genau vier Reihen da kann ich dort volle Bücher hinstellen zum Beispiel und auf der rechten Seite ist dann halt ähm ja egal also die Tischplatte ist dann da und dann halt die nicht die Henkel sondern wie heißen die dann wo der Platz gestützt wird wie auch immer und das gefällt mir halt nicht weil das fand ich zum Beispiel mal den jetzigen Tisch viel besser weil da ist dann auch so dass auch auf der Seite ähm also Ablage war so eine Art kleinen Mini-Kajaks kann man sich das so vorstellen oder Kallax kann auch wie man das ausspricht und dann habe ich mir gedacht weißt du was ich montiere diese Stuhl Stuhldinger ab da und tu dann drunter noch ein Kajaks wenn die Größe passt und ich habe recherchiert recherchiert und es müssten 76 von der Höhe sein wie und die Kajaks sind 73 also eigentlich fehlend 3 cm wo es vielleicht nicht gerade ist aber ich habe mir gedacht ich tu einfach drunter was genau und bohr ich so drü und dann habe ich ein provisorisches eigenes Büro Tisch mir selbst gemacht das ist der Plan, aber wisst ihr, dass dieses Ding, ich zeige es soll ich es mal zeigen, ja ich zeige es mal nebenbei wenn ich es nebenbei finde, kostet einfach mal 228 Euro nur das und dann kommt ja noch das Kaliaks was auch so um die 50 bis 80 kostet, je nachdem ob ich mit Schubladen will oder ohne also das ist die Couch die wir haben wollen das ist jetzt braun-grau wir wollen es halt in schwarz genau und dann zeige ich euch jetzt noch meine Büromöbel also so sieht das aus diese Stützdinger, keine Ahnung wie die jetzt heißen die montiere ich ab und tue dann drunter ein Regal so einen kleinen Mini ja und dann kommen hier halt so die ganzen Bücher halt hin ja das ist der Plan also entweder wird es dann so drunter sein ja oder es gibt auch welches mit ja schau die ist sogar 77 das passt sogar ganz genau und die kostet gerade jetzt ja also ich find's org schatz vier wenn ich das jetzt in weiß haben wollen würde ja kostet das 34,99 wenn ich das in schwarz haben will kostet mich jetzt das spart schon 54 schwarz-braun es gibt aber noch ein anderes weiß hochglanz das wird dann 79 kosten what the fuck ja okay egal also auf jeden Fall kommt das dann noch drunter und dann perfekto perfekto das wäre auf jeden Fall mein Traum also Traum meine Bitte meine Wünsche mein Wunsch man könnte zum Beispiel auch sowas hinstellen ja was auch mega schön wäre dann habe ich hier so die zwei Flächen für keine Ahnung organisatorisches und dann hier so Schubladen aber das kostet 86,99 und es gibt's nicht in schwarz und das ist das was ich nicht mag ich möchte halt versuchen alles so gut es geht in schwarz zu haben das da gibt's zum Beispiel in schwarz wie geht denn das denn auf so das ist zum Beispiel mit Türen was auch cool ist kein Schiebeding sondern Türen und die Größe ist natürlich dieselbe und würde 90 Euro kosten mein Gott äh geht da einiges von meinem Erspartem drauf und von meinem mein Herzgeld genau noch so überlegt ähm ich habe ja einen kleinen Schminktisch der müsste auch Platz finden dann habe ich ja es gibt natürlich vier Ecken wie in jedem Raum fast ja manchmal sind es mehr Ecken ähm weniger eher selten aber vier Ecken und ich habe mir gedacht so um das beste Erlebnis zu machen mit Büchern dass sie halt dann auch wirklich schön stehen weil ich ja theoretisch zwei drei Wände hätte ähm habe ich mir gedacht bräuchte will ich so ein also Eck Regal aber ich habe dann gesehen dass es so was gar nicht gibt das heißt man stellt das so schief hin aber es ist eigentlich kein Eckdings und dann dachte ich mir so okay passt dann werde ich mir das holen und ich habe mich dann erinnert so hey in Deutschland habe ich so ein Regal so es ist dann schon wieder ein bisschen andere Farbe aber zu der Farbe komme ich gleich noch also habe ich mir überlegt ähm hole ich das aus Deutschland zurück und stelle das dann halt einmal so hin und dann schauen wir mal wie viel noch reingeht ob ich noch was dazu hole oder nicht oder was weiß ich was gucken wir mal also mein Papa hat mir jetzt die Maße gegeben und da steht 1 Meter 35 das ist das glaube ich irgendwie nicht weil die Bild das mein Billy Regal und ich habe ja nur ein Billy Regal kostet äh kostet sag ich schon ist ja nur 90 breit und das müsste dann ja über und aber es ist aber es ist voll klein irgendwie keine Ahnung ich muss mich mit Papa jetzt dann noch anrufen und fragen ob er vielleicht die Breite mit der Länge vertan hat oder so ja und weil ich ja ich habe ein Regal in weiß das ist einer meiner ältesten Regale ja genau wenn nicht das älteste was ich selber gekauft habe und das ist ja in weiß und ich wollte damals auch alles in weiß haben und habe mich dann aber zurückgerudert nachdem ich meine Zwillingsregale ich nenne sie Zwillinge weil sie beide gleich sind ähm geholt habe und mir gedacht habe so hey ich habe ähm jeder Booktuber gefühlt hat alle Regale in weiß weiß Hochglanz weiß Matt weiß 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 und ich dachte mir so ich ja es sieht zwar schön aus so aber ich finde nicht dass es wie bei allen irgendwie ausschaut und habe mich dann dazu entschieden dass ich mir das in schwarz hole und mache und dann dabei bin ich auch geblieben weil mein Billy Regal ist zum Beispiel auch schwarz das Problem dabei ist dass die Zwillinge andere Farbe haben also andere schwarz sind als Billy ja und dann habe ich mir gedacht ich werde das weiße Regal ähm mit Lack anmalen habe ich mir Lack gekauft das ging nicht nach Deutschland äh nicht nach Österreich zu liefern also habe ich es nach Deutschland liefern lassen und werde weil wir ja nächstes Wochenende also nicht dieses sondern nächstes ähm nach Deutschland fahren mitnehmen und dann wenn wir schon umgezogen sind kann ich es am Balkon mit ausreichend Schutz mal an ähm lackieren lassen so ich hoffe ich hoffe es geht ich hoffe dass es dann noch schnell trocknet und was weiß ich was weil ja dann müsste ich mir kein neues Regal holen das wäre der Plan weil die Lackfarbe hat jetzt 3 Euro gekostet ist jetzt günstiger als jetzt ein neues Regal haha genau ja ich habe genau ein bisschen genug gelabert ich würde es jetzt sagen ähm ey wir sehen uns später weil ich so ein paar Eindrücke euch zeigen kann hallo zusammen jetzt mal ein bisschen vom Offscreen um euch zu zeigen wie es gerade bei uns im Wohnzimmer ausschaut wie ihr seht ja schon alles was bis an die Wand gestapelt und sie sind komplett bereit wenn Umzug wo ich jetzt gerade die Aufnahme mache ist es jetzt nur noch zwei Tage bis dahin und ja die Katzen sind auch schon ziemlich nervös weil sie einfach noch nicht wissen ähm oder sie wissen auch momentan nicht so was genau passiert ja so sieht es jetzt ein bisschen von Weitem weg aus so wir sehen einmal das Vorzimmer und das sieht auch so ja mitgenommen aus ähm die letzte Kommode ist noch nicht abgebaut zu dem Zeitpunkt wo ich gerade das aufnehmen immer noch nicht ähm da sind wir halt noch ein bisschen so behind aber ansonsten läuft es eigentlich ganz gut so weit denn jetzt kommen wir halt zum wo äh zum Büro und da ist wirklich alles abgebaut äh bis auf das äh Trennregal was wir noch nicht abgebaut haben weil das kann man dann im Ganzen später mal mitnehmen wenn die Bücher wirklich alle weg sind die Bücher die ihr hier sieht ist es auch so dass ich äh äh entweder sind das die im Karton die dich mitnehmen will also meine Neuzugänge oder Lesermonat von Büchern die ich halt behalten will äh äh das sind halt die Schubladen genau ansonsten sind hier nur noch Bücher ja die ich eigentlich verkaufen oder hergeben will oder noch in den Bücherschrank kommen ja viel ist nicht mehr da so ansonsten würde ich sagen gibt es heute noch nichts mehr zu sehen ähm nächste Woche gibt es den nächsten Part dann ich bedanke mich dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns dann im nächsten Video ciao ciao